Mit einem Batch-Script kann man so einiges relativ einfach automatisieren. Praktisch wäre es manchmal allerdings, wenn man ein Batch-Script auf dem PC startet, dieses aber wartet, bis es von einem anderen PC ein Signal zum Fortsetzen erhält. So könnte man zum Beispiel ein einfaches Skript erstellen, welches den PC ferngesteuert herunterfährt. Und genau dieses gerade erwähnte Beispiel zeige ich euch jetzt. Ich gehe davon aus, dass ihr zumindest eine kleine Vorstellung habt, was Batch-Dateien sind und wie sie funktionieren. Falls nicht, empfehle ich euch die Videos, die ihr zum Thema Batch-Dateien auf diesem Kanal findet. Also gut, wir benutzen den Windows-Editor, um unsere Batch-Datei zu erstellen. Im Editor geben wir nun die folgenden Zeilen ein. Die beiden wichtigen Zeilen sind WaitFor und ShutDown. Mit WaitFor weisen wir das Batch-Script an, so lange zu warten, bis es von einem anderen Computer im Heimnetzwerk den Befehl Herunterfahren gesendet bekommt. Diesen Befehl, also Herunterfahren, könnt ihr durch eine eigene Zeichenfolge ersetzen. Was hier steht, ist im Grunde egal. Wichtig ist nur, dass, falls ihr den Befehl ändert, natürlich auch diesen geänderten Befehl von dem anderen PC aus sendet. Mit ShutDown führen wir den eigentlichen Vorgang durch, also das Herunterfahren des Computers. Jetzt speichern wir die Datei an einem beliebigen Ort. In meinem Fall ist das direkt der Desktop. Beim Speichern müssen wir darauf achten, dass wir die Dateiendung für Batch-Dateien, also BAT, anhängen und als Dateityp alle Dateien wählen. Das war's im Grunde schon. Wir können die Batch-Datei jetzt starten und erhalten ein leeres Konsolenfenster. Unser Batch-Script wartet nun auf den Empfang des Herunterfahren-Signals von diesem oder einem anderen PC im Heimnetzwerk. Hier die Anmerkung, das Heimnetzwerk muss so konfiguriert sein, dass sich die entsprechenden Computer auch finden können. Das kann man einfach über den Windows-Dateiexplorer prüfen. Hierzu einfach unter Netzwerk nachschauen, ob die benötigten PCs hier zu sehen sind. Falls das nicht der Fall ist, Windows zeigt in der Regel den Hinweis an, dass die Datei- und Druckerfreigabe aktiviert werden soll und man kann das mit einem einfachen Klick erledigen. Um nun den Befehl von einem anderen Computer im Heimnetzwerk auszulösen, machen wir folgendes. Wir eröffnen auf dem entsprechenden PC eine Eingabeaufforderung und geben folgenden Befehl ein. Nach dem Absenden sollte unser eigentliches Batch-Script weiter ausgeführt werden. Die nächste Zeile nach dem WaitFor-Befehl ist der Shutdown-Befehl, welcher jetzt ausgelöst wird. In diesem Beispiel habe ich den Herunterfahren-Befehl bewusst mit einem langen Timer versehen, um ihn noch abbrechen zu können. Ich gebe jetzt erstmal den Befehl zum Abbrechen des geplanten Shutdowns ein. Wie ihr sicher bemerkt habt, habe ich den Befehl vom selben Rechner, nur aus einem anderen Konsolenfenster gesendet. Das macht es einfacher, das Ergebnis zu zeigen. Es funktioniert aber problemlos auch über das Heimnetzwerk von einem anderen Computer aus. Jedenfalls, solange sich die beiden Computer bekannt sind. Stichwort Datei und Druckerfreigabe. Das Auslösen des Befehls von einem anderen Computer könnte man auch per Batch-Script vereinfachen. Hierzu einfach auf dem entsprechenden Computer, von dem man den Befehl auslösen möchte, eine Batch-Datei mit folgendem Inhalt erstellen. Hier, wie auch bei der ersten Script-Datei, wieder darauf achten, dass die Datei mit der Dateiendung BAT gespeichert wird und als Dateityp alle Dateien ausgewählt ist. Kommen wir noch einmal zu unserem Haupt-Script und dem Fall, dass ihr nicht, wie in diesem Beispiel, den PC herunterfahren wollt, sondern eine andere Aktion ausführen möchtet, die vielleicht sogar mehrfach ausgeführt werden soll. Hier könnte man das Batch-Script so erweitern, dass es sich selbst erneut aufruft. Das könnte dann so aussehen. Hier wird zum einen das Konsolenfenster gelöscht, danach schreiben wir den Text Warte auf Signal. Jetzt warten wir mit unserem Befehl entsprechend auf das Signal. Danach führen wir unseren Befehl aus. Direkt danach schreiben wir Startes Script neu in die Konsole und warten anschließend 5 Sekunden, damit man genug Zeit hat, das Ergebnis des Befehls zu sehen. Sobald die Sekunden abgelaufen sind, rufen wir mit Starten unser Batch-Script erneut auf. Die Ausführung dieses Skripts sieht dann so aus. Auch wenn das direkte Ausführen von Befehlen nicht so einfach durchzuführen ist, so ist diese Variante über den Wait-For-Befehl doch eine super Alternative und man kann so einiges auf Kommando steuern. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende angelangt. Liken und falls euch etwas einfällt, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.